Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Sonic Advance. Ich werde es noch einmal probieren mit Eggman. Vielleicht, vielleicht darf ich es ja nochmal. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal probieren. Sollte ich es natürlich jetzt nicht schaffen, werde ich direkt in der nächsten Stage eigentlich erstmal fortsetzen. Auch wenn ich es gerne machen würde, wäre das mit ihm zusammenschneidend und das alles ja auch nicht so einfach ist. Und Sonic ist schon sehr beleidigt, weil ich hier nicht spiele. Deswegen werden wir auch hier loslegen. Ich habe jetzt auf jeden Fall bis zu der Stelle gespielt, wo Eggman anfängt. Ich habe auch das letzte Mal gemerkt, ich hätte eigentlich nur in Akt 2 des Casinos gehen müssen und nicht beide Casinos machen müssen. Das ist mir noch aufgefallen. Ja, dann wollen wir doch jetzt mal versuchen, ob wir das hinkriegen. Ich würde es auf jeden Fall gerne versuchen. So, ich stelle mich schon mal hier auf Position. Ich versuche es auf jeden Fall. Sehr schön, wenn es jetzt klappt. Okay. Bis jetzt auf jeden Fall ganz gut. Oh! Ich habe gedacht, dass der Eggman... Oh, das hat mich jetzt total verwirrt. Oh, meine Güte. Das hat mich jetzt total aus der Bahn gebracht. Weil er ja auch letztens da raus... Wow, wow. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein. Wow. Wow. Ein Zufallstreffer. Aber trotzdem, ich habe es tatsächlich jetzt in diesem Part geschafft. Oh, meine Güte. Ha, ha, ha. Wow. Ja. Gut, dass ich mich so leicht aufgegeben habe für euch, ja. Oh, ja. Das war ja sonst ein richtiger Fail-Part. Oh, meine Güte. So, und da sind wir jetzt in Snow... Äh, Ice-Snow-Mountain. Also in einer schönen, äh, Schneestadt, ja. Äh, Schneegegend auf Bergen. Schneestadt. Was sag ich da? Ich bin immer noch bei Snowboard-Kids dabei. Oh, nein, 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 nein. Oh. Ich dachte, ich müsste da hoch und hier wäre da abgerundet. Äh, warum kann ich den nicht kaputt machen hier? Chillax, Junge, chillax. Meine Güte. Aha. Ein böser Stein, der... Das ist ein Eisblock, wo irgendwas eingefroren ist. Ja, klasse. Okay, ähm... In diesem Level war ich noch nicht, deswegen... Das ist jetzt im Großen und Ganzen blind, deswegen weiß ich in bestimmten Ecken gar nicht, was auf mich zukommt. Ich sag, ich hab's einmal angetestet und das waren vielleicht die ersten zwei Level und... Naja, ich hab auch mal die anderen Level nachgeguckt gehabt. Wow, wow. Oh, nein. Unter Wasser ist Sonic nicht gerade der Beste und ich hoffe, ich find einen Weg hier weg. Oh, bitte lass es sein. Zufall. Nein. So, jetzt aber. Wow. Ich hoffe, der kann noch etwas durchhalten. Ja, wie soll ich denn jetzt so schnell hochkommen? Was haben die sich denn denn mal gedacht? Nein. Oh, ich glaub es nicht. Unter Wasser ist der eine Pfeife. Deswegen versuch ich es jetzt mal irgendwie anders zu machen. Kann ich da... Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ach, jetzt kann ich da nicht mehr hoch, oder was? Ich kann nur noch... Ich kann mich nur noch runterschleudern lassen. Ja. Wow. Ich glaub, das kommt zu den nächsten Fails, Stella. Aber, man, man, springt doch mal richtig... Ja, egal. Wow, wow, wow. Nein. Nicht schon wieder unter Wasser. Ich mag es nicht. Nein. Ich geh wieder drauf. Das seh ich jetzt schon. Es gibt doch überhaupt keinen Weg oder keine Lösung, hier da hoch zu kommen. Oder? Oder? Kann ich hier mit hoch? Ja. Mindestens zum Luft schnappen reicht es schon mal. Nein. Nein, 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 nein. Oh, nee. Jetzt bin ich so wieder ganz unten. Jetzt muss ich wieder auf diese Dinger drauf. Boah. Das ist ja wirklich... Boah. Mehr als nur gemein. Äh. Los nicht an diese Dinger dran. Ja, manche sind halt fallen. Aber das kennt man ja auch aus Sonics Headshot-Teilen. Und das Sonic halt unter Wasser nicht so... Was war das denn jetzt? Nein. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich tiefer denn hier geflogen. Das hilft mir jetzt leider auch nicht. Es sei denn, er gibt mir Luft. Warum ist denn hier ein Saver? Ja, ich... Üh. Wieso? Wieso? Nein, 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 nein. Nein. Ich glaube es nicht. Ha. Wenn es darauf ankommt, unter Wasser zu spielen, dann ist Sonic die Null. Ah. Das ist wahr. Jetzt fahre ich bei dem Casino total durcheinander und hier komme ich auch noch ganz... Ha. Aus der Puste. Gut. Das war das erste Schnee-Level, also Akt 1 des Snow... Snow World. Gucken, was auf uns noch zukommt. Oh, da ist noch einiges vor. Sind zwar nicht viele Level, aber es sind keine leichten Level, merke ich. Also das erste, das ist... Das ist eigentlich sehr easy. Aber danach geht es natürlich etwas schwieriger weiter. Ich versuche jetzt irgendwie hier oben zu bleiben. Und das werde ich eh nicht packen. Okay, ich weiß, dass da irgendwo noch ein Weg ist, der hoch geht. Jawohl! Ich muss nur oben bleiben. Das heißt, hier muss ich... Oh, nein! Oh, oh. Okay. Ist nicht so schlimm, wie ich erst dachte. Nein! Nein, nein, nein! Wow! Ich will nicht wieder unter Wasser. Ich will nicht wieder unter Wasser. Oh, nein! Ich glaube es nicht. Nein! Ah! Oh! Wow! Spannung pur! Selbst für mich selber! Hau ab! Noch bin ich nicht im Wasser gelandet, was eigentlich ganz positiv ist. Aber wie geht es jetzt weiter? Weiß nicht, soll ich jetzt Anlauf nehmen oder soll ich keine? Ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn hier... Wow! Oh, nein! Nein, 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 nein! Ich sehe es hier schon kommen. Ich muss wieder unter Wasser. Ich hoffe, ich finde einen schnellen Weg hier weg. Ja! Ah, das ist cool, das ist cool. Okay. Ich muss aber auf der linken Seite gehen. Oh, nein. Okay, okay. Ich habe das... Das habe ich jetzt selber... Ja. Da bin ich jetzt selber dran gegangen. Ich hätte eigentlich... ganz simpel da hochgehen können. Ich wusste nicht, ob da vielleicht doch noch irgendwo eine Falle steckt. Denn hier kann man auf alles nicht gut gefasst sein. Wie soll man sagen? Hä? Hier muss man sich auf alles gefasst machen. Meine Güte. Mann! Du blöder Schneemann! Weißt du was? Ah, was ist das denn hier? Ja, komm! Chillax, Jungs! Chillax! Boah! Ich war doch gerade im Ring, oder? Ah, gut, okay. Ach! Das ist schon irgendwie blöde. Blind zu spielen, das macht es nicht gerade einfach. Aber das ist ja das, was Blind spielen bedeutet, ne? Man weiß nie, was auf einen zukommt. Ja, komm! Ich bin doch rechtzeitig noch weggegangen. Ach! Steht denn auch dieser blöde Pinguin hier? Oh nein! Nein! Muss ich hier lang? Muss ich hier lang? Ich folge einfach mal der Spur. Oh! Da unten ist aber noch ein Power-Up. Das will ich mir noch holen. Weil ich weiß, dass ich da hochkomme. Ach! Jawohl! Oh, meine Güte! Ja! Dann müssen wir uns das nächste, den nächsten Akt des Snow-World auf jeden Fall weiterersetzen. Ich hoffe, Eggman ist da nicht zu gemein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part auf jeden Fall hier wieder. Erstmal. Ja. Auch wenn der Part jetzt etwas kurz geworden ist. Ja. Ähm. Aber. Ich denke mal, das ist okay, weil. Boah. Ach. Ich mache noch ein kleines bisschen. Ich würde mir wenigstens das Level nochmal angucken. Aber wenn es, wie gesagt, euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall für einen Daumen freuen. Ähm. Ja! Boah! Boah! Warum ist dieser blöde Pinguin? Vielleicht komme ich ja nochmal zu Eggman. Aber ich kann den, glaube ich, jetzt nicht mehr besiegen. Wieso ist hier überall Wasser? Das ist genau die Schwachstelle, die Sonic nicht braucht. Und wofür soll dieses komische Spin-Ding hier sein? Ja, komm! Achso, wir können hier runter. Ja, hätte ich das noch... Ne. Jetzt gehe ich drauf. Nein! Ich habe es geahnt. Was war das denn jetzt? Achso, Luftblasen bringen einen... Aha. Ja, das ist eine nette Idee. Das bringt schon mal dann einen Plus dabei. Dass man hier nicht so schnell ersaufen kann. Und dann gibt es mir ein besseres Gefühl, im nächsten Part durchzustarten. Aber ich denke mal... Ja, ich werde jetzt... Nur mal hier nochmal schauen. Eggman kriege ich bestimmt nicht besiegt. Es sei denn, ich habe es drauf, aber zeitlich muss man ja auch alles setzen. Luft! Ach, ich glaube, die haben schon dann einiges hier dran. Ja, komm! Wer soll denn an diese Dinger da vorbeikommen? Was ist das denn hier? Ja! Eine Falle nach der nächsten. Luftblasen! Muss ich hier hoch? Muss ich hier hoch? Nö. Oder? Ich weiß es gar nicht. Bin ich nicht von da gekommen? Nee, kann ja gar nicht sein. Hier muss ich lang. Sind hier noch irgendwo... Oh nein! Nein! Ja, komm! Schirr-Lex, Junge! Boah! Nee, das packe ich jetzt nicht mehr. Hier ist kein Luft... Ja! Eine letzte Sekunde, wo noch Luftblasen sind! Ich hab's geahnt! Ja, ich glaube, da würde ich mich lieber mal das nächste Mal dran stürzen. Ich glaub, man hört es mir auch noch an. Das ist wirklich nicht so einfach, auch wenn es richtig Spaß macht. Wenn's euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Daumen hoch und Kommentar und Feedback ist erwünscht. Und Sonic, ihr sauf mal lieber nicht, während ich mich verabschiede. Das ist unhöflich. Ja, und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, erstmal schau, Leute!